Nun, ich denke, beginnen wir. Noch einmal guten Morgen meine Freunde und sehr geehrten Kollegen. Heute möchte ich eine Vorlesung über die Vögel aus unserer Region Rostgans halten. Wir betrachten die folgenden Fragen. Die Verbreitung und Biologie von Rostgänse in Transbaikalien und auch der Beschutz von Vögeln in unserer Region. Also, warum ist dieses Objekt gelegt? Sofort möchte ich für mein Deutsch entschuldigen, da ich bin selten in letzter Zeit benutzt. Also, die Rostgans ist eine gewöhnliche Vögel in unserer Region. Und auch, das ist ein Vögel von boryatischen Legenden. Nach einem von ihnen, die Enten und die Gänse, haben die Erde geschaffen. Geholfen sie vom Wasser. Später erschien von einer Legende, die behauptete, dass die Rostgans von buddhistischen Priestern geschehen ist, die Lamm. Und der Skalb ist seine Federn in der orange Farbe. Das heißt, in die Farbe des Buddhismus gefärbt. Bis zur kurzen Zeit jagten die Boryatoren auch die Wasservögel überhaupt nicht. In den letzten Jahrzehnten ist diese Tradition schwach geworden. Aber immer noch bleibt unter dem Teil von der Bevölkerung erhalten. Vielleicht, gerade dieser Umstand erklärt die Existenz der größten in Baikal, Sibirien, der herzlichen Konzentration der Rostgänsen bis zu 6.000 und 7.500 Individuellen, sowie die Reihe anderer Wasser- und Nähwasservögel im vom Menschengut angeeigneten Borgoi-Tal-Kessel. Ich denke, Sie kennen, wo befindet sich dieser Ort, das heißt Borgoi-Tal-Kessel. Sie befindet sich im Süden Boryatens. Das ist Dschedinske Region. Auf diesem Slide zeigt die Systematik der Rostgäns. Und auf Latein wissenschaftlicher Name ist Tadorna Ferugineum. Also, welcher moderne Zustand der Populationen von Rostgäns in der Paliarktik? Diese Art verbreitet in Paliarktik ziemlich weit. Von Nordwestafrika und Südeuropa bis zu Primorien. Die moderne Zustand studiert, studieren die Mitglieder von russischen Arbeitsgruppen von vom Studium den Gänze und Schwänen in Osteuropa und Nordasien. Diese Arbeit zeigt davon, dass ihre Anzahl während des letzten Jahrhunderts sehr instabil ist. Zum Beispiel und in den Ländern Osteuropas sinkt sie weiter. Und im europäischen Teil Russland wächst. Im asiatischen Teil aber bleibt stabil. Und in diesem Zusammenhang bringen wir die Angaben an, die uns im Läufe von 1992 und 2005 in westlichen Transbaikalien gesammelt wurden. Hier möchten sie die Verbreitung der Russgans. Hier ist ihre Nestareal von diesen Vögeln. Wie gesagt, ich ist Nord Nord-Afriken und Asien durch die Steppenzone in Palearktik. Ihre Nestareal fasst die Steppen, Münzen und Gebirge Gebirge Ort. In Ost-Sibirien insbesondere im Baikal-Sibir-Bassin geht die nord-ost-lische Grenze des Areals von Rost-Gänsen. Zum Norden kommt sie durch den Interbergteil Kessel bis zum 55 der Breitenkreis. die Nordgrenze des Bargosin Teilkessels. Auf der Karte zeigt es so. Das ist eine das ist die Bargosin Teilkesseln und die Halbinsel Svitoinos und die Selenka-Delte. Es ist eine isolierte Teilen von Irre von Irre Areal. Also weiter über die biologie Rost-Gänse in Transbaikalien werde ich zu sprechen. Die Rost-Gänse bewohnen in der Nestperiode hauptsächlich die Steppen des Sodasees. Manchmal sind sie die Flüsseteller entlang zu treffen. Auch treffen wir auch diese Gänse in auf dem Felsen Nähe Flüssenteil und sehr selten in Mischwald und andere. Ich möchte auch bemerken dass im Herbst im Herbst konzentrieren sie sich die Vögel an salzkantigen Seen mit rein unbewachsenen Ufern manchmal in Süd Südburi Etienz. Als andere Vögel ist die Rostgänse eine fliegende Vögel. Die ersten Rostgänse erscheinen in westlichen Transbaikalien Mitte, Ende März wenn die Wasserböcken mit dem Eis noch an Dekse sind. Der Massenzug von Rostgänse in westlichen Transbaikalien fehlt auf April. Rostgänse im Herbst geht der Abflug der Rostgänse in den letzten September Oktober. 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 Nach dem Ankunft beginnt die Rostgänse die Bäckungen Plätze für den Nestbau auszusuchen. Die Suche geht von April bis Anfang Mai. In dieser Zeit werden die E-Flüge und die Spiele beobachtet, die charakteristisch lärmend begleitet werden. Innerhalb des Areales haben die Rostgänse das breite Spektrum der Nest zu Fluchten. Die Holen von Steppentieren zum Beispiel die Füchse der Dachse die Marmotte die Risse und Spalten des Ufer die alten Nester der Adlers die verlorenen Bau manchmal die Schuppen und Dachböden der bewohnten Häuser. Nun sehr selten graben sie die Hohlen selbst. Diese Vögel nesten als Einzelpaare An einigen Orten gründen sie auch die kleinen Kolonien drei und sechs Nester. Die Eiablage kann in Anfang Mitte des Mais geschehen. Die Zahl der Eier in der Gelege bildet sechs und zwölf durch schrittlich zehn zusammen. Die Nestlinge treffen sich im westlichen Transbaikalien hauptsächlich die zweiten Hälten des Junis. Die Altvögel mit seinem Jungen gehen auf Wasserbehälter die Seen über wo bleiben sie bis die Jungen fliegen können. Fliegen können. Nun ein Endepunkt für meine Vorlesung das ist der Beschutz von Vögeln und seiner Lebensräume. In Anbetracht der genug Höhen Anzahl der nächsten und fliegenden Rossgänsen in Transbaikalien besonders an Seen der Burgoy Teilkesseln kann man das folgende schließen. Die Seen des Burgoy Teilkesseln sind einer der Hauptpunkte des Zuges und die Massenkonzentration der Art nach dem herbstlichen Zug in Baikal-Sibirien und auch Transbaikalien. Außerdem auf dem Zug sind solche Seen für den Weltfauna und unsere Region Nähwasservügel wie Saatgans Saatgans Hirsch Hirschschwamm Zwergschwamm Brandgans Säbelschnebler das ist Stelzlöfer Steppens Schlammlöfer und andere hier Bezeichnung. Nicht so fällig diese Seen wurden von uns angeboten als wichtig ornithologischen Gebiet von internationaler Bedeutung. Für die Verstärkung solcher Naturschutz Status bieten wir auf Basis der bestehenden Borgoi biologischen Säkasi an. Das Wasser Steppen Naturschutz Gebiet für die Erhaltung der biologischen Vielhaltigkeit der südlichen Transbaikalen zu schaffen. Über die Bildung hier der internationalen Station nach der Beobachtung und dem Studium der Migration der Vögel noch Ende des 90 Jahrhundert schrieb der Kjagt Heimat und Naturforscher Mollison. Das wäre alles. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Haben Sie einige Fragen? Bitte. Bitte, haben Sie eine Frage? Was interessiert Sie? Ist diesem Thema und andere Fragen im Gebiet für Ornithologie und Beschützt von Vögeln und auch Bitte. Bitte.